Bevor wir zu Winkelhalbierenden kommen, noch ein paar Vokabeln. Wir haben irgendwann das Wort Strahl kennengelernt. Was war das nochmal? Ein Strahl, das war eine gerade Linie mit einem Anfangspunkt und dann ging sie einfach unendlich in irgendeine Richtung weiter. Manchmal hat man zwei Strahlen mit einem gemeinsamen Anfangspunkt. Also hier noch ein zweiter Strahl, die geht vielleicht hier rüber. Und das, was wir hier jetzt sehen, das nennt man Winkel. Diesen gemeinsamen Anfangspunkt der beiden Strahlen, den nennt man den Scheitel des Winkels. Und die beiden Strahlen selbst nennt man die Schenkel. Bei der Winkelhalbierenden geht es jetzt um Punkte, die zu beiden Schenkeln den gleichen Abstand haben. Also zum Beispiel der Punkt hier, genau zwischen diesen beiden Schenkeln, der hat zu Schenkel 1 und Schenkel 2 den gleichen Abstand. Es gibt nicht nur diesen einen Punkt, auch zum Beispiel dieser Punkt hier oder dieser Punkt hier, die haben alle den gleichen Abstand zu beiden Schenkeln. Das heißt, auch hier ergibt sich wieder eine Ortslinie aus ganz vielen Punkten, die den gleichen Abstand zu beiden Schenkeln haben. Und diese Linie nennt man die Winkelhalbierende, weil sie diesen Winkel gerade halbiert. Wir wollen diese Winkelhalbierende jetzt konstruieren. Beim Konstruieren, du erinnerst dich, gibt es zwei Spielregeln oder zwei Werkzeuge. Zum einen darf man einen Zirkel benutzen, um Kreise zu zeichnen und man darf ein Lineal benutzen, um gerade Linien zu zeichnen. Wie kann man mit diesen beiden Werkzeugen jetzt die Winkelhalbierende konstruieren? Man nimmt zunächst mal den Zirkel, sticht ihn hier ein in dem Scheitel des Winkels, in dem Anfangspunkt der beiden Strahlen, zeichnet einen Kreis, sodass er beide Schenkel schneidet, hat dann zwei Schnittpunkte und diese beiden Punkte nimmt man, um die Mittelsenkrechte zu konstruieren. Die Mittelsenkrechte dieser beiden Punkte hast du im letzten Video kennengelernt. Die konstruiert man, indem man hier einmal einsticht beim einen Punkt, dann dasselbe beim anderen Punkt und jetzt haben wir hier zwei neue Schnittpunkte und eigentlich bräuchten wir nur zwei Punkte, wir haben jetzt schon drei Punkte, die auf einer Linie liegen, das heißt hier haben wir die Winkelhalbierende von diesem Winkel konstruiert. Falls das jetzt ein bisschen schnell ging, schaust du dir nochmal in Ruhe an und bearbeite dann die Übungsaufgaben zur Winkelhalbierenden.